Herzlich willkommen zum Online-System Augsburg 2020. Mein Name ist Fabian und ich bin der Sascha und wir freuen uns, dass wir euch heute gemeinsam begrüßen dürfen. Wir haben ein vielfältiges, buntes Programm für euch vorbereitet. Genau, wir werden den ganzen Tag über auf YouTube diverse Videos freischalten. Dann gibt es DJ-Sets, die auf Mixcloud zu finden sind und auch noch DJ Pesch wird auflegen und das sogar live auf Twitch für uns heute Abend. Und über den Tag verteilt gibt es noch ein Queer's Insta-Quiz und am Abend auch noch einen Gottesdienst im St. Ulrich. Wenn es euch interessiert, dann klickt rein. Wir freuen uns. Der CSD Augsburg steht für Akzeptanz, Toleranz, Integration und Party. Damit wir das auch in Zukunft haben, braucht es unseren Einsatz. Unter anderem mit unseren Schulen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Schulen sichere Häfen für queere Jugendliche werden. Nur mit der Hilfe von Aufklärung, mit der Hilfe von Sozialarbeitern, die ein besseres Schulklima erzeugen können und mit der Hilfe von bestausgebildeten Lehrern können wir etwas in den Köpfen der Menschen von morgen bewegen. Auch in der Gesellschaft muss sich etwas ändern. Viel zu oft müssen wir uns zweimal fragen, ob wir uns in der Öffentlichkeit küssen können oder Händchen halten können und negative Konsequenzen dadurch haben. Die Community muss in der Gesellschaft viel mehr sichtbarer werden. Wir gehören dazu, egal mit welcher Ausrichtung. Wir sind eine Community. Wir sind eins. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass auch wir als schwule, weiße Männer, die wir in der Großstadt doch schon ganz gut leben können, uns einsetzen für andere Menschen. Für Trans- und Intersexuelle zum Beispiel. Die sind nach wie vor extrem benachteiligt in unserer Gesellschaft. Die brauchen nach wie vor unsere Unterstützung als Community. Und deswegen müssen wir gemeinsam an einen Strang ziehen. Und dafür brauchen wir euch. Im Herbst treffen wir uns, um gemeinsam die Zukunft des CSDs und der Community in Augsburg zu gestalten. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail. Die Adresse findet ihr einfach unten in der Infobox. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr recht viel anderes übrig, als euch jetzt ein schönes CSD zu wünschen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir würden uns freuen, euch bald zu sehen. Macht's gut. Viel Spaß. Bis bald. Bye.